Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Transform World Nachrichten Video. Es ist ja die Festival of Reveals oder die Season of Reveals, dass ja nach und nach die einen oder anderen kleinen Überraschungen in so einer Art Adventskalender für uns gezeigt werden. Und wenn ihr euch an die letzte Roadmap erinnern könnt, dann seht ihr hier, dort wo meine Maus ist, das Transform World 5 Gameplay Add-ons Bundle mit einer amerikanischen, einer deutschen und einer UK-Pack, wenn man so möchte, so einer Gameplay-Pack. Und jetzt wissen wir mittlerweile, worum es sich dabei handelt. Das wurde nämlich heute veröffentlicht. Es geht nämlich hier um die Bawai 111. Das ist ein Add-ons, eine Art Gameplay-Add-on. Das ist kein Log-DLC im strengeren Sinne eines neuen Fahrzeugs, sondern diese Gameplay-DLCs, die sind dafür gedacht, dass halt Rollmaterial, das in irgendeiner Form schon vorhanden ist, dass das benutzt wird, um, ja, wenn man so möchte, neues Gameplay zu generieren. Das heißt also neue Fahrpläne, neue Szenarios, solche Sachen. Und das können wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Wir sehen hier die Baureihe 111, in diesem Fall mit Dostos, die ja gerade aus Frankfurt am Main-Hauptbahnhof ausfährt. Das Ganze ist für die Strecke Frankfurt-Fulda gedacht, das Gameplay-Bundle, also das deutsche Gameplay-Bundle. Und, ja, wir können uns einfach mal genauer angucken, was da so drin ist. Nämlich hier einmal das amerikanische Gameplay-Bundle. Das ist der Metro-Lenck-Zug. Und zwar hier als so eine Art, ja, so eine Art Weihnachtsgewand. Natürlich komplett fiktiv, sofern ich das richtig sehe, glaube ich zumindest. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, ne, dafür, dass es halt eben nur so was Weihnachtliches ist. Dafür, dass es auch vergleichsweise günstig ist. Und man kann es halt auch einfach nicht kaufen. Wenn man selbst so ein großer Fanatiker ist von superkrassem Realismus, dann muss man es ja auch gar nicht kaufen. Aber wenn man irgendwie mal Lust hätte auf so ein weihnachtliches Szenario, wo auch mal hier so ein paar Geschenke ausgeteilt werden oder der Zug einfach so schön weihnachtlich in der Nacht leuchtet, warum nicht? Also man kann ja auch mal kreativ werden. Und das finde ich eigentlich ganz cool, auch hier mit dieser Weihnachtsdeko. Ja, also wie gesagt, wenn es nichts für einen ist, dann ist es halt nichts für einen. Und wenn doch, dann ist es ja eine ganz schöne Sache. Mich persönlich interessiert das nicht so, weil es sowieso amerikanisches Zeugs ist. Aber wenn es sowas mal für einen deutschen Zug gäbe, das fände ich schon ziemlich cool. Gibt es leider bisher noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja doch nochmal irgendwann. Dann für UK gibt es die HKA Bogey Hopper Wagons. Ja, habe ich ja so, was sind das denn für Wagen? Die werden für Intermodalzüge benutzt. Genau, also auch mit Suspensions-Update. Auch diese Wagen existierten, glaube ich, vorher auch schon so im TSW. Also die sind in diesem Sinne nicht neu, aber entsprechend geupdatet und halt eben mit entsprechender neuen Fahrplaneinbettung für West Coast Mainline South. Also die Transferworld 5-Core-Strecke von DTG. Und die werden dann hier auch so beladen und entladen mit so Schüttgut. Sieht eigentlich ganz cool aus. Aber auch das ist natürlich etwas, was hier bei mir auf dem Kanal jetzt keine große Relevanz haben wird. Anders als das Baureihe 111 und N-Wagen Gameplay Pack. Wo halt eben für Frankfurt Fulda ein neuer Fahrplan geliefert wird. Wo statt der Baureihe 114 und der 146 die Baureihe 111 im Einsatz ist. Zusammen mit den Nahverkehrswagen und dem entsprechenden Karlsruher Kopf-Steuerwagen. Hier auch mit dem Einholm-Stromabnehmer. Genau. Sieht eigentlich auch ziemlich nett aus. Hier auf der RB 51 nach Frankfurt am Main auf dem Hauptbahnhof. Also dass wir mal so ein bisschen wegkommen von den Dostos. Und dafür stattdessen mal so ein bisschen anderes Wagenmaterial haben. Finde ich, ist eigentlich eine ganz nette Sache. Wir werden uns das auf jeden Fall zusammen angucken. Das ist ganz klar, weil warum auch nicht? Also die Retro-N-Wagen, die wir vorher aus Bremen-Oldenburg gekannt haben. Also ein Verkehrsrot. Entschuldigt, mein Handy bimmelt da. Das Ganze eben auf Frankfurt Fulda. Statt der 114 und der 146 fahren dann halt eben die N-Wagen mit der Baureihe 111. Und es gibt drei neue Szenarios, die dann auch mit eingebaut sind. Das kann man natürlich nur in diesem Sinne spielen, wenn man Frankfurt Fulda besitzt. Also die Kindsicht-Talbahn. Wenn man Frankfurt Fulda nicht besitzt, kann man sich das Pack trotzdem kaufen, wenn man halt eben Interesse an der Baureihe 111 und den N-Wagen hat. Und kann sie dann im Free-Roam-Modus auch auf anderen Strecken natürlich einsetzen. Und auch im Livery-Designer und alles. Das ist ganz klar. Aber der Sinn dahinter ist ja eben Gameplay zu haben. Und da lohnt es sich dann natürlich Frankfurt Fulda dann auch vorher schon zu besitzen. Weil ansonsten, wenn man Bremen-Oldenburg besitzt, dann hat man ja schon die N-Wagen. Wenn man Salzburg-Rosenheim hat, dann hat man auch schon die Baureihe 111. Dann kann man sich das auch alles selbst zusammenbasteln. Aber so hat man das halt eben dann jetzt praktisch in einem Fahrplan mit drin. Und das Ganze wird kosten. Moment, der Kostenpunkt stand hier, glaube ich, relativ weit oben. Genau da. Also einzeln kostet das Pack jetzt 5,99 Euro. Und wenn man an allen dreien interessiert ist, kann man das als Bundle für 13,99 Euro bekommen. Also hat da so einen kleinen Rabatt. Aber auch das lohnt sich halt auch wirklich nur, wenn man auch echt Interesse hat an der UK und anderen amerikanischen Sachen. Ansonsten würde ich natürlich immer sagen, diejenigen, die nur für den deutschen Content hier sind, kauft euch, wenn, dann das für 5,99 Euro. Und solche Gameplay-Add-On-Bundles sind auch relativ oft im Sale. Jetzt vermutlich nicht direkt sofort, aber wenn man so ein bisschen warten kann und möchte, dann wird auch dieses Pack ziemlich sicher irgendwann im Sale sein in den nächsten sechs Monaten. Und dann kann man das bestimmt auch nur für, weiß ich nicht, den halben Preis oder sowas bekommen. Also zahlt da im Grunde genommen fast gar nichts dafür. Oder man lässt es halt komplett sein, wenn man sich denkt, ah ja, Moment, also ich habe ja schon die 111 und N-Wagen, warum sollte ich jetzt nochmal für den Fahrplan jetzt nochmal Geld ausgeben? Fair enough. Das kann man auch so sehen. Wir werden uns auf jeden Fall, sobald das Ganze releasen wird, und zwar am 12. Dezember 2024, also schon in sieben Tagen, in einer Woche, werden wir uns das selbstverständlich zusammen angucken. Was auch noch vielleicht wichtig ist, nur diejenigen, die eine PS5 haben, eine Xbox Series X oder S oder den PC, können das spielen. Diejenigen, die auf der älteren Generation unterwegs sind, also Gen-8-Konsolen, die können das Gameplay-Bundle nicht spielen, weil deren Konsolen halt einfach zu schwach sind, um das noch zu schaffen. Also das ist jetzt wirklich nur dezidiert für Gen-9-Konsolen, für die PS5, für Xbox Series X und S und für den PC. Wenn ihr nicht eine dieser Konsolen oder einen PC habt und interessiert seid an diesem Pack, dann geht ihr an dieser Stelle leer aus, weil es ist, also bevor ihr euch das kauft und denkt, hä, wieso klappt das jetzt nicht bei der PS4? Wobei es vermutlich gar nicht erst im Store verfügbar sein wird, im PlayStation 4 Store. Aber falls doch und ihr habt eine PlayStation 4, dann kauft euch das nicht, weil es ist nicht kompatibel. Also noch so viel dazu. Dann, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.